So, würde ich sagen, noch einmal versuchen zu pennen. Erstmal speichern. Immerhin wollen wir unsere Forschungsergebnisse jetzt ja nicht direkt wieder verlieren. Nee, wär ungut. Boah, unsere Gruppe mal geheilt. Das ist ja schön, sowas. Jetzt noch einmal pennen und dann geht's los. Boah, ich bin einfach so gut. Ich hab einfach den Plan. Ich kann nicht mehr immer hineindenken. So, ich werde jetzt auf meine erstbesten Biegung in Orgrillions rein und die nehmen uns irgendwie auseinander. Aber nochmal so, ey. Ach, der Typ. Ah, okay. Alter, ist ja weit weg. Gut, nimmst du den auseinander und ich nimm die Oga auseinander. Jetzt steckt mich so ein. Wie soll man wann das hingehen? Chantal. Ich bin dafür, wie denn die andere... Alter, wird die auseinandergenommen. Wie sie nennen wir den Chantal, Chantal ist ein guter Name für die... Ja, stimmt. Franzin nennen oder oder... Ähm... Was denn noch einen, so'n so'n beschissenen Annahme? Ich weiß nicht, warum du nicht magst. Sie ist besser als Sex hat. Ich mag die, aber ich mag einfach nur 17 über sie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab einen Oga-Basirka gefunden. Glückwunsch mein... Wo kommt er und hat sich Hilfe gesucht. Philipp, hilf mir. Bin auf dem Weg. Wo ist Imoen? Wer ist Imoen? Ne, wo ist Imoen? So, knall die mal ab da, Imoen, und ihr beide greift die mal an. Wieso hilfst du mir nicht? Ich komm schon. Oh, 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 oh. Ja, zieh den mal weg, ich komm grad Tronus und Kalid. Der wurde erst mal geheilt. Alter, der ist schon... Puh, der war war so knapp, du. Ey, okay, wir haben jetzt hier noch eine Menge Hobo-Goblins. Lass dich von denen nicht umbringen. Und das Allerwichtigste kommt, lass dich nicht auf die Brücke locken. Da ist nämlich noch ein Oga-Basirka. Alles klar? Ja, schade schön. Instruktionen, klar, und verständlich formuliert. Genau, kommt das Männchen nicht derzeit bei diesen Viechern. Die gibt es immer. Oh, mach den mal tot. Diese Elite da. Okay, jetzt müssen wir erstmal eine Menge looten und dann speichern wir. So, ja, mal schlafen, haben sie schon was dabei. Okay. Äh, schnapp dir mal ein paar Pfeile, die Mäuern hat nicht mehr viele. Dann soll die Mäuern sich Pfeile schnappen. Ja, okay, dann schick ich die mal, dann geh ich mal mit ihm Mäuern looten. Und zwar war da oben diese riesige Hobo-Goblin-Metzelerei, da hol ich mir mal ein paar Pfeile wieder. Hast du den, den, äh, Neville schon gelootet? Jop. So. Oh, echt nicht. Ja, unsere Gruppe hat man da wie immer ganz gut eingesteckt, würde ich sagen. Ja. Haben sich mal wie immer nicht tapfer geschlagen. Ihr habt gerufen. Aber diese Berserker, die hätte ich viel schwacher eingeschätzt, um ehrlich zu sein. Ja, komisch, war. So, das schön ist, aber wir haben alle noch ein paar Hehlzauberauflage. Hast du ja ohne alles gelootet, ja, ne? Ähm, jo. Die Ringe nimmst du aus Grundsatz nicht mit, ne? Ne. Pass auf, ich speichere mal ganz kurz, bevor du jetzt, äh, jetzt, jetzt speichere. Hey. Nein. Jetzt lass mich was mal heilen. Hab ich doch. Ich meine, meine Gruppe. Na so. Aber nein, ich wollte nicht speichern, der du heilt. Ja, wir haben aber noch gar nicht so lange aufgenommen. Wir sind ja bei einer halben Stunde. Wieso heilt jetzt den Mond? Das war ja immer richtig dämlich. Alles nur wegen der Rumgespeicherei. Wem, äh, komm, ich heil dich mal eben. Lass mich das mal machen. Heil du mal lieber wen anders. Ich hab gerne noch mal mehr. Oh, schade. Jetzt ist die Frage, gehen wir zurück zu den Bergen und, äh, uns, äh, uns zu, auszuruhen. Ich würd sagen, ja. Ich will ja nicht so scheiß Brückgolf. Wir wissen, was da ist. Ja, ich will da auch rüber, aber wir müssen erstmal... Nein, wir speichern einfach ab und heilen und ruhen uns aus. Nein, wir gehen jetzt erstmal zum Berg hier. Macht den Stress. An dem Berg speichere ich erstmal. Ich meine, diese schöne Textur. Boah, jetzt sieht man diese geile Textur von dem Regen. Das sind einfach nur weiße Pixel. Das ist voll geil. Das ist einfach Schnee. Können Sie auch auf Pause drücken, siehst du denn auch. Weil die sind teilweise auch verschoben. Ja, muss ja. Sonst sieht es ja nicht aus wie Regen. Dürft eure Gruppe nicht ausruhen, wenn eure Gruppe verstreut ist. Kommen wir zu den Bergen jetzt. Ich bin auch auf dem Weg. Die sind fett. Lasst in Ruhe. Die sind fett. Die sind stehen geblieben. Die haben dann in den nächsten McDonalds gesucht. So, klasse hat das Konzept. Dann heile ich mal eben schnell nochmal ein bisschen was. Und zwar mich. Mich kann ich auch ruhig mal heilen. Du Ego. Du kennst mich doch. Ich heile mich immer gerne selber. Und dann beide ich dem Khalid noch eins von Latz. Nochmal speichern oder jetzt angreifen. Warte, ich will noch kurz meine Gruppe fertig heilen. Ja, so passt. Du tauscht den Brandwin in deiner Formation mit Dinahaya. Das wäre vielleicht mit Chantal, meine ich. Habe ich doch. Das ist recht nicht so. Ja, habe ich jetzt gerade auch gemacht. Ashley ist übrigens auch ein toller Name. Oh ja, das ist super. Ashley, nennen wir sie Ashley. Chantal Ashley Dinahaya. I'm a Barbie girl. In the BG world. Auf zum Rücken. So, das geht's. Ach ja. Nehmen wir ein paar. Übrig, so viele Leute wie wir hier, so viele Typen wie wir hier, ne, ich muss den Satz irgendwie anders formulieren. Wir haben so viele Leute ihre Eisenwaffen beraubt, die Eisenkrise müsste eigentlich bald mal vorbei sein. Jo, eigentlich schon. Okay, du hättest dich vielleicht gedulden sollen. Ah, da ist aber Tornos Maronus. Alles klar. Jetzt ist die Lage unter Kontrolle. Tornos Maronus ist da. Er steht da, würde man weiß einfach nur rum. Ihr hättet mal nur Brandwin in den Weg gestellt, dann zieh mal die Brandwinner weg. Ne. Naja, klar. Jetzt ist VB. Ja, hast du recht. Ne, ich meinte nur, Tornos Maronus ist so ein bisschen kämpferischer veranlagt als, ja, du weißt schon, andere Menschen. Andere Menschen. Lassen wir mal so stehen. Ich bin hier schon mal safe auf der anderen Seite. Ach, da fängt sie dann zu regnen, super duper. Schön, wie du das safe bist, der ist toll. Das ist übrigens nicht die Drizit-Karte. So war von nicht. Was ist das denn? Was denn? Laurel. Oh. Willst du mal mit Laurel reden? Interessant. Die stehen einfach so mitten auf der Karte, so ein Typ. Ja, ich spreche mal mit. Ja, mein Freund. Ja, mein Freund. Ah, hier haben wir wohl ein paar Abendfeuerer, die Gutes tun wollen. Würdet ihr gerne eine Heere Kreischlinge vertreiben? Wollen wir das? Ja, wir helfen dir wohl. Ja, okay. Ja, wir würden uns gerne für ein Weitchen zu euch gesellen. Ah, wunderbar. Ihr solltet euch bereit halten. Feuerzauber wirkt Wunder gegen Kreischlinge. Also macht Gebrauch von diesen Kräften, falls ihr sie habt. Kreischlinge. Oh, interessant. Die kommen schon. Ja, wir können sich hier ruhig alle bewegbar da mit dem Ding, aber... Äh, wir machen die so tot, ist doch viel einfacher. Ne, zwei Chantal aus der ersten Reihe, dann würde ich vorschlagen. Das Chantal. Äh, Ashley. Ashley Chantal. Oh, das Chantal wird angegriffen. Ne, echt? Ja, ja. Kacke. Die fängt jetzt an abzustechen. Hm. Äh, die macht einfach gar nichts. Friss meinen Kamm. Die wirft mit Barbie Traumhäusern. Was kann ich für euch tun? Oh, Mann. Da kommen wir sogar dran, wenn traue ich das zu, diesen Kreischling da oben zu töten. Ja, krass, wa? Ich traue dir das sogar so sehr zu, dass ich mich gar nicht jetzt hinterher bewege. Und sondern die Kreischlinge schon mal ausnehme. Kreischling, dort. Kreischlinge sind wirklich eine Plage, von der die Schwertküste befreit werden muss. Vielleicht sehen wir uns nun mal wieder. Toll. Gut, zack, wurde aktualisiert. Kreischlinge-Quest wird durchgestrichen. Haben wir nämlich gemacht. Hey. Die Karte ist schon ziemlich cool, ne? Schon ziemlich beschissen, so. Ich fang die, finde ich schon ziemlich klasse. Die Hälfte der Zeit wird es von irgendwelchen beschissenen Kreischlinge, äh, von irgendwelchen beschissenen Ogern verhauen und dann triffst du auf eine einzige Person in der weiten Gegend. Hey, komm, was ich gefunden hab. Wo bist du denn? Von unten. Ich laufe dir jetzt einfach hinterher. Hast du Drizzet gefunden? Nee. Also Kreischlinge gefunden. Ich hab's ein Ding gefunden, das heißt Ogre. Ach, du Möhrchen? Genau. Wollen wir mal mit dem Ogre reden? Ja, klar, warum nicht? Du jetzt nicht stören, ich essen. Wir kämpfen, wenn ich fettglücklich. Ja, so ist das. Ich kämpfe jetzt, kämpfen jetzt dann, machen dich desert, schlagen dich zu Brei. Mh, Brei. Ist schon so ein bisschen Panne in der Birne? Warum haben wir jetzt eigentlich getötet? Der hat da frinklich sein Leben gelebt. Wieso, der hat uns so angegriffen? Ich hab' gewissensbissen. Ich hab' gewissensbissen. Sagte der Khalid. Nee, aber der hat uns so angegriffen. Ja, egal. Ja, ich bin gestolpt beim Essen, da würde ich halt auch Leute aufgetöten. Komm, wir greifen mir mal, wir gucken mal so ein bisschen nach der Karte rum, ne? Folge mir einfach mal. Ich bin froh, ich hab' schon vor. Nee, sag' ich ja. Folge mir. Ja, aber hier ist, glaub' ich, Braschen, ich kann nur sein. Hier ist wieder egal, schon gar nicht. Ich will auf ne andere Karte, ich scheiße. Ja, aber wir müssen mal ein bisschen... Nein, ich will auf ne andere Karte. Mann, oh. Ich hab'n Bären... Uh, ich hab sogar zwei Bären. Zwei Bären. Drei, vier. Drei, vier. Alter. Was, du greifst die an? Ja. Bist du des Wahnsinns? Oh, Aua. Gut, ich hätt's besser bleiben lassen.